Natürlich gehen die großen Themen der Bundespolitik auch an uns hier in unserem Landkreis Günzburg nicht vorbei. Das alles beherrschende Thema momentan ist und bleibt die Flüchtlingskrise. Ich habe es schon mehrfach aufgegriffen, als ich zum Beispiel die Arbeit des Helferkreises Burgau oder die Geschichte des Asylbewerbers Salam Hanifi aus Syrien vorgestellt habe. Als weitere Facette dieser Thematik schwebte mir schon lange vor, quasi als Vervollständigung einer Trilogie nun auch mal die Einstellung der Bürger des Landkreises zum Thema zu machen. Das ist jedoch nicht ganz so einfach. Eine willkommene Gelegenheit dazu ergab sich dann am 29. Februar 2016, als der Ortsverband der CSU Günzburg im Forum am Hofgarten eine öffentliche Podiumsdiskussion zu diesem Thema veranstaltete. Ich durfte das mit der Kamera begleiten, wofür ich mich hier nochmals bedanke. Das Podium war hochkarätig besetzt. Neben der CSU Ortsvorsitzenden Dr. Ruth Niemetz stellten sich der Bundestagsabgeordnete Dr. Georg Nüßlein, die Landtagsabgeordneten Dr. Hans Reichhardt und Alfred Sauter, Polizeirat Sven Oliver Klinke, der Vizepräsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge Dr. Michael Griesbeck sowie Hans Kohler als Vertreter der ehrenamtlichen Helfer im Landkreis den Fragen des Publikums. Für Polizeirat Sven Oliver Klinke hat sich der Besuch auf jeden Fall gelohnt, denn er wurde bei der Vorstellung durch Dr. Ruth Niemetz gleich mal zum Polizeipräsidenten befördert. So schnell kann das gehen. Flüchtlingskrise. Natürlich birgt das Thema enormen Zündstoff, der in anderen Teilen der Republik auch schon mal offen zur Explosion kommt. Deswegen habe ich mich vor der Veranstaltung kurz mit Ruth Niemetz und Hans Reichhardt darüber unterhalten, was von dem Abend zu erwarten ist und ob vielleicht sogar etwas Besorgnis in Hinsicht auf eine emotionale Eskalation besteht. Ich habe ein bisschen Angst, dass doch die eine oder andere Äußerung kommt, die ich jetzt persönlich auch nicht so unterschreiben würde und ich hoffe auch die CSU da nicht unterschreibt. Aber gut, das weiß man immer nicht. Das ist eigentlich so meine Angst, die ich habe. Jetzt nicht so sehr vor der Sache an sich, dass wir diese diese ganze Krise irgendwie gar nicht bewältigen oder so, sondern wirklich jetzt nur von einzelnen Meilen. Aber gut, wir haben jetzt, das ist die dritte Veranstaltung dieser Art. Also wir waren vielleicht in Neuburg mit einer so einer Veranstaltung. Und insoweit, also in Audenry, die Rückmeldung war immer positiv. Es war immer eine sachliche Atmosphäre, wo zwar die Leute ihre Sorgen, ihre berechtigten Sorgen auch zum großen Teil rübergebracht haben, aber wo man auch immer diskutiert hat, man hat den anderen zu Wort kommen lassen. Und ich glaube, das ist gerade in der jetzigen Situation, Sie haben es gesagt, was dann zum Teil an Posts, ansonsten in Kommentaren gerade online erfolgt. Ich glaube, deswegen ist es doch wichtig, dass man sich gegenüber steht, sich in die Augen schaut und sagt, komm, ich tausche Argumente aus, vielleicht kann ich auch jemanden überzeugen, vielleicht kann ich auch gewisse einfach Fehlinformationen, die draußen sind, wo rumwabern. Vielleicht kann ich das einfach rausnehmen und dann ist schon viel gewonnen. Und wenn man da ein Gerücht oder dergleichen einfach mal wegnimmt, dann hat der ganze Abend schon einen Erfolg gehabt und war eine gute Sache. Der Saal war gut gefüllt, obwohl ein heftiger Wintereinbruch an diesem Nachmittag die Anreise deutlich erschwerte. Vielleicht wären sonst noch mehr Leute gekommen. Der Abend begann mit den Statements jedes einzelnen der Experten vom Podium, sozusagen Bestandsberichte aus den jeweiligen Fachgebieten. Das zog sich über mehr als eine Stunde und möchte ich Ihnen hier natürlich nicht in voller Länge zumuten. Trotzdem habe ich versucht, ein paar der Kernaussagen für Sie herauszustellen. Der Spielraum, von dem manche reden, politisch, den gibt es so gar nicht. Das muss man auch mal in der Deutlichkeit formulieren. Es gibt für manchen Eingriff, von dem der eine oder andere meint, dass man ihn in der Klarheit machen müsste, im Deutschen Bundestag momentan keine Mehrheiten. Das heißt nun nicht, dass da nichts passieren wird, sondern das heißt nun, dass die Bundeskanzlerin recht hat mit dem Ansatz, lass uns erstmal den Versuch unternehmen, ob wir das Thema nicht europäisch klären können. Wir hatten also 2007 noch 20.000 Anträge gehabt. Wir haben dann 2010 48.000 Anträge gehabt und haben 2015, ich habe es gerade schon gesagt, über 450.000 gehabt. Das heißt, wir haben hier eine Verzehnfachung. Bei den ersten Anträgen waren es 41.000 und jetzt 441.000. Was das bedeutet, das können Sie sich vorstellen. Man kommt nicht hinterher, man kommt beim Personal nicht hinterher, man kommt bei den Liegenschaften nicht hinterher. Das trifft auf jede Kommune zu, das trifft auf das Land zu, was für die Unterbringung zuständig ist. Das trifft auf den Bund zu, der für das Verfahren zuständig ist. Wir versuchen den Menschen mit dem Tannhausen-Modell die deutsche Sprache beizubringen. Das ist ein niederschwelliges deutsches Programm, wo wir quasi jetzt in Englisch, in Französisch, in Eritreisch und in Arabisch aufgelegt haben. Wenn jemand Interesse hat im Internet, kann er da nachblättern. Dann vor allen Dingen wollten wir den Menschen beibringen, Gleichstellung von Mann und Frau. Gewalt ist eine Straftat und wir schalten bei so Vorfällen sofort die Polizei ein. Wir hatten im Januar diesen Jahres, 2016, im Landkreis Günzburg insgesamt alle Einsätze, die die Polizei zu bewältigen hatte, 662 Einsätze. Von diesen 662 Einsätzen waren gerade mal, und ich sage ganz bewusst gerade mal 30 mit Bezug zum Thema Asyl. Natürlich sind bei diesen 30 Einsätzen auch einmal schwerere Straftaten dabei, aber ganz oft sind es auch ganz banale Sachen wie Ruhestörungen, wie einmal ein angebrenntes Essen in der Küche. Das ist also ganz bunt gemischt. Und ich möchte nur zwei, drei Fakten zu diesen Einsätzen nennen und zu den Straftaten, die so passieren. Der allergrößte Anteil der Straftaten, die passieren, passieren im zwischenmenschlichen Bereich, unter Asylbewerbern und in den Unterkünften. Wir werden als Freistaat Bayern noch in den nächsten zwei Monaten das erste Bundesland sein, das ein eigenes Integrationsgesetz verabschiedet. Integrationsgesetz heißt bei uns aber nicht nur, dass wir sagen, hey, wir fordern alles mögliche von den Leuten. Das machen wir auch, aber wir fördern auch dementsprechend. Wir werden die Deutschkurse massiv ausbauen und da werden wir auch die Unterstützung des BAMF brauchen. Das BAMF hat ja über die Jahres- oder Bundesagentur für Arbeit zusammen mit dem BAMF über den Jahreswechsel hinweg, glaube ich, 200.000 Deutschkurse in Deutschland gefordert und auch die werden wir nochmal brauchen. Da brauchen wir eine Verlängerung dieser Maßnahmen. Denn unser Ziel muss es sein, ich kann nur dann mit jemandem kommunizieren, wenn ich die Sprache kann. Ich kann nur dann wo ankommen, ganz egal wie lange, ob ich jetzt vier Monate da bin oder vier, fünf Jahre da bin. Ich muss die Sprache können, um mit jemandem zu reden und deswegen ist es unser Anliegen. Aber ich habe gesagt, wir fördern nicht nur bei den Sprachen, wir fordern auch. Und deswegen wollen wir auch in Bayern zum ersten Mal unser Menschenbild definieren, unsere Leitkultur definieren. Also eine Leitkultur, die sowohl auf dem christlich-jüdisch-abendländischen beruht, aber auch einfach unsere Werte mit aufgreift. Dann kam der zweite Teil, für mich das eigentlich Interessante. Fragen aus dem Publikum. Da war ich natürlich sehr gespannt, ob konkrete Probleme angesprochen würden, die direkt unseren Landkreis betreffen. Um es gleich vorwegzunehmen, nein. Der überwiegende Teil der Publikumsbeamte, betraf eher das große Ganze. Können wir eigentlich froh sein, denn das deutet darauf hin, dass das Thema im Landkreis zwar angekommen ist, aber bisher nicht als großes Problem bewertet wird. So verlief die sogenannte Fragerunde recht entspannt. Wer etwas zu sagen hatte, tat das ruhig und zivilisiert. Auffällig war für mich jedoch, dass konkrete Fragen oft nur Beiberg waren. Von den Bürgern, die sich zu Wort meldeten, hatten viele eher das Bedürfnis, sich mitzuteilen und ihre Sicht der Dinge darzulegen. Aber auch das ist eine wichtige Komponente des Austausches zwischen Volk und Volksvertretern, wie Dr. Hans Reichhardt in der Nachbetrachtung des Abends nochmal betonte. Es ist einfach wichtig, dass man auch einen Meinungsaustausch macht. Es ist für die Leute wichtig, dass sie unsere Meinung sehen, aber auch für uns wichtig, weil ich glaube jeder, der Alfred Sauter, der Georg Nüßlein, wir alle, wir nehmen aus diesen Veranstaltungen sehr, sehr viel mit, einfach auch an Meinungen, an Stimmungen. Und das beeinflusst natürlich auch unsere Arbeit in München, in Berlin und einfach in den entsprechenden Gremien. So war das Spektrum der Publikumsbeiträge weit gefächert. Wo sind denn jetzt die vielen Fachkräfte unter den Flüchtlingen? Wie überbrückt man die Sprachbarrieren nachhaltig? Kann man die Teilnahme an Integrationskursen zur Verpflichtung machen? Themen waren aber auch die Silvesternacht in Köln, der Fall eines seit fünf Jahren schwebenden Asylverfahrens und die Bekämpfung der Fluchtursachen. Der Bogen spannte sich sogar bis zu der Rolle der USA, der Forderung nach einem sofortigen Stop der TTIP-Verhandlungen und ein Besucher glaubte sogar zu wissen, dass momentan acht Millionen Menschen auf dem Weg nach Deutschland seien. Das Podium ging auf alle Beiträge sachlich ein und versuchte, auch nicht so offensichtliche Zusammenhänge zu erklären. Ob dies zur Zufriedenheit des Publikums erfolgte, vermag ich hier nicht zu beurteilen. Grundsätzlich ist diese Form des Meinungsaustausches jedoch als positiv zu bewerten. Wie gesagt, hätte ich mir einige konkrete Fragen mehr gewünscht, aber vielleicht kann ich das ja mit einem der Protagonisten demnächst an dieser Stelle nachholen. Ich habe den Abend nicht als CSU-Parteiveranstaltung wahrgenommen, wenn gleich natürlich die Position der CSU deutlich zu vernehmen war. Es war eine echte Bürgerveranstaltung, auf der parteiübergreifend jeder zu Wort kommen konnte und durfte. Der lebendige Dialog zwischen Amtsträgern und Bürgern ist einer der Grundpfeiler unserer Demokratie. Woher sollen Politiker die Stimmung im Volk kennen, wenn man sie ihnen nicht aktiv zuträgt? Wir können nicht auf der einen Seite einen scheinbaren Schwund an Demokratie beklagen, dies aber auf der anderen Seite durch fehlende Meinungsäußerungen begünstigen. Gehen Sie hin auf solche Veranstaltungen und diskutieren Sie mit. Überlassen Sie nicht denen zu rufen, wir sind das Volk, die es in Wirklichkeit ganz und gar nicht sind. Mittag. Untertitelung des ZDF, 2020